Wochenende, gleich nach dem Tech-Täglich. Das ist Berlin, das ist die Gigatec. Ich bin Amir. Tech-Täglich vom 18.05. Ja, ich habe bewusst gerade gesagt, Wochenende gleich nach dem Tech-Täglich und nicht nach dem Intro, weil Wochenende ist ja erst nach dem Tech-Täglich. Jetzt ist ja nach dem Intro, aber ist ja noch kein Wochenende. Gestern, was? Gestern, Frank guckt jetzt sehr verärgert hier rüber, weil er findet, dass das schon wieder totale Verschwendung von Internetkapazität ist, was wir hier machen, ganz zu schweigen von der Personalkapazität, die hier gerade für den Dreh des Tech-Täglich rausgeht. Frank findet auch, ich soll mich beeilen ein bisschen. Warum? Damit meine Redakteure hinfällt. Falls ihr das nicht gehört habt, ich soll mich beeilen, damit Franks persönliche Redakteure, seine Leibeigenen, nicht weiter abgelenkt sind durch meinen Gequatsch hier. Ich mache jetzt extra langsam und erkläre euch erstmal, warum es gestern kein Tech-Täglich gab. Ich hatte nämlich keine Zeit. Ich würde das gerne noch ausformulieren. Ja, also ich hatte sehr viele Meetings gestern und auch noch andere Aufgaben und irgendwann habe ich gemerkt, oh, das ist schon so spät. Das wird jetzt alles nichts mehr mit dem Tech-Täglich. Und dann habe ich beschlossen, schweren Herzens gibt kein Tech-Täglich, weil ich wusste, heute ist ja noch mal, vor Pfingsten ist ja heute noch mal eine Gelegenheit, ein Tech-Täglich zu drehen. So, dann steigen wir in die Themen ein. Was wir dadurch verpasst haben gestern, also zumindest im Tech-Täglich, war der Release oder die Forte Launch, der Launch, der Launch, des OnePlus 6. wurde ja am Mittwochabend vorgestellt. Hatte ich vergessen, auch im Tech-Täglich am Mittwoch zu erwähnen, dass ja abends noch ein Video von uns, ein spannendes Video von uns zu sehen sein wird. Ist jetzt auf jeden Fall im Kanal, unser Hands-On vom OnePlus 6. Frank, du hast es schon in Händen gehalten. Wie ist es? Frank findet es gut. Frank findet es ein schickes Gerät, also ist es ja auch, sieht gut aus, ist technisch aktuell mit einem 6,28 in der Diagonale messenden AMOLED-Display mit 2280 x 1080 Pixeln, Snapdragon 845, 6 oder 8 GB RAM und 64, 128 oder 256 GB internen Speicher. 16 Megapixel Kamera, 20 Megapixel Kamera, 16, 20 Megapixel Kamera auf der Rückseite und auf der Front auch eine 16 Megapixel Kamera und ein 3300 mAh Akku. Und wie sich das Ding... Rückseite OIS. Was heißt das? OIS? Was heißt OIS? Ach, ich habe ORS, weil du Lakritze im Mund hast. OIS, optischer Bildstabilisator. Wie gesagt, Hands-On im YouTube-Kanal, ansonsten alle technischen Daten im Artikel, den wir unten in der Beschreibung verlinken. Dann gibt es gute Nachrichten von Elon Musks Boring Company, die ja Hyperloop als Fortbewegungsmittel der Zukunft etablieren will. Also falls ihr noch nichts davon gehört habt, das sind so ein Röhrensystem, wollen die bauen, deswegen auch Boring, das ist nämlich ein Wortspiel. Boring heißt ja eigentlich langweilig im Englischen, kann aber auch bohrend bedeuten. So, und die... The Russian bore is not a serious bore. Aber das ist ja ein anderes BOR, Frank, weil das heißt ja, glaube ich, Wildschwein. Nein. BOR. B-O-A-R. Ja, heißt es auch, aber das war ein Zitat. Das stimmt, Nils Bohr war ein Physiker, hat ja nicht... Die Einheit Ohm erfunden? Nee, ja, bestimmt. Ach, das war Ohm. Gut, egal. Also, zurück, back to topic. Elon Musk will mit der Boring Company ein Fortbewegungssystem entwickeln, das besteht aus Röhren und in diesen Röhren, Vakuum und sowas, sollen dann ganz schnell so Züge da durchfahren. Also, super schnell von A nach B damit kommen. Und das ist ambitioniert, aber das macht tatsächlich auch Fortschritte. Also, man kann inzwischen glauben, die machen, die werden das irgendwie machen. Ob das jetzt in nächster Zeit zum weltweiten Fortbewegungsmittel wird, sagen wir, mal dahingestellt. Und jetzt haben wir erstmalig was zu Preisen, die dann die Benutzung von Hyperloop, die dafür fällig werden, gehört. Und man hatte ja schon eher so, ja, wenn das so ist, kostet ein Vermögen dann damit zu heißen. Nee, die wollen das voll billig machen. Also, wenn sie dann so Höhrensysteme auch innerstädtisch gebaut haben, soll eine Fahrt in der Stadt von Punkt A nach Punkt B einen Dollar kosten. Das ist eher ein symbolischer, aber das wäre günstiger als der normale öffentliche Personennachverkehr. Ja, ich finde das, ich glaube, das ist vollkommen illusorisch, weil diese Löcher zu bohren ist wahnsinnig teuer. Ja, aber jeder Mars hat es ja. Das wird ja nicht selber bezahlt. Ja, Langstrecke kostet dann bestimmt auch ein bisschen mehr. Also, wenn man dann, das ist ja in den USA als der nächste Plan, man will irgendwann dann auch eine Verbindung Ost-West-Küste haben. Das wird natürlich nicht einen Dollar kosten. Das würde schon fünf Dollar oder so kosten. Was soll das jetzt hier wie von, weiß ich nicht, von Tegel nach Mariendorf? So, Frank, ich habe jetzt noch keine Lust mehr darüber zu reden. Ihr könnt die ganze Geschichte unter giga.de slash tech nachlesen. Die Dinger, die beschleunigen ja auf mehrere hundert Kilometer pro Stunde. Und alleine das Bremsen in so einem Vakuum, weißt du, wie aufwendig das ist? Ja, also, ja. Das ist auch ordentlich Fallschirm. Nee, geht ja nicht. Vakuum. Ja, weiß ich nicht. Das soll Elon Musk lösen, bitte. Ich sage ja nur, dass es billig werden wird. Dann im Android-Ressort lesen wir Erstaunliches zu den Verkaufs- bzw. Vorbestellerzahlen zum neuen LG-Telefon, dem G7 ThinQ. Das verkauft sich nämlich fast doppelt so gut, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wie sein Vorgänger. Das LG G6 hatte in den ersten vier Tagen 40.000 Vorbestellungen. Das G7 ThinQ hat jetzt schon 70.000 Vorbestellungen, also in den ersten vier Tagen. Das ist schon krass und es ist auch ein bisschen so kontra den Markt, weil die Vorbestellung für das Galaxy S9 von Samsung waren beispielsweise geringer als die Vorbestellungen für das S8. Aber da kann ja auch sein, dass LG-Nutzer da antizyklisch, also während Samsung-Nutzer in ihren Vertragsverlängerungen zuletzt S8 gekauft haben und dann zwei Jahre warten müssen bis zum S10, haben die letzten LG-Leute... Ach, Quatsch. Also, ihr seht ja keine schlechten Nachrichten für LG und für das G7 ThinQ. Könnt ihr auch nach Giga.de slash Android nachlesen. Dann gibt es gute Nachrichten von Samsung auch wieder. Wir hatten das am Mittwoch gemeldet. Samsung musste mal wieder ein Android 8.0 Oreo-Update zurückziehen und zwar das für das Galaxy S7, weil das bei vielen Geräten zu Neustarts führte. Das haben sie jetzt aber wohl schon behoben. Sie rollen schon wieder ein optimiertes Update aus, allerdings noch nicht in Deutschland, aber das dürfte dann nur eine Frage von Tagen sein, wenn sie zumindest weltweit oder in bestimmten Regionen angefangen haben, das gefixte Update auszurollen. Also alle, die unter dem Tag täglich am Mittwoch auch zu Recht gesagt haben, oh Mann, ich will doch einfach nur endlich Oreo haben. Und ich hatte ja auch den Herren Samsung persönlich angeprangert eben tagtäglich. Das kann ja wohl nicht sein, dass man es nicht hinkriegt, so ein Update fertigzustellen und auszurollen und das funktioniert dann auf Anhieb, vor allem wenn man das Problem eben schon mal beim S8 hatte, wie kann denn das beim S7 schon wieder passieren? Ist ja ein bisschen peinlich, aber sie haben schnell reagiert. Also alle Leute regen sich darüber, über diese Stage-Rollouts auf von Samsung, sodass sie halt erst ihre Updates nach Polen oder Dänemark oder sonst wo hinbringen. Da ist genau sowas der Grund. Ja, weil mit den Polen und den Dänen kann man es ja machen, oder wie? So war das nicht gemeint, aber die machen es halt nicht alle gleichzeitig weltweit, sondern sie testen es erstmal an der geringen Menge. Ja, aber das scheint Samsung ja auch zu machen und trotzdem hat es nicht funktioniert. Wieso? Sie haben es doch gestoppt. Sie haben ihn doch gestoppt, den Rollout. Ach, du meinst, Deutschland war diesmal Versuchskaninchen? Nein, nicht Deutschland. Nee, das war ja in irgendeinem anderen Land. Ach, das war nicht in Deutschland? In Deutschland kam das Uriah-Update fürs S7 noch gar nicht an. Möchtest du, ähm, Lakritze? Nee, das war schon. Oh, ich bin voll ängstlich. Mag jemand Lakritze von euch? Gut. Ihr wisst alle nicht, was gut ist. Nächstes Thema, ja. So, wir werden jetzt weiter über Lakritze und Frank sexuelle Begierde sprechen, möchte. Der geht mit Frank bitte in die Küche. Wir machen jetzt weiter mit einem Thema aus dem Tech-Ressort. Und zwar, die GZ steht vor Gericht. Jetzt dürften einige zu Hause hart abjubeln. Ähm, es ist ein bisschen anders. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich jetzt gerade mit der, ja, Rechtmäßigkeit eigentlich, oder vielmehr mit der Beschaffenheit des Rundfunkbeitrags. Was ist das eigentlich? Ist das ein Beitrag? Ist das eine Steuer, weil sie inzwischen quasi pauschal pro Haushalt erhoben wird? Ist das denn alles so rechtmäßig? Wir gehen nicht davon aus, dass bei diesen Überlegungen, die wahrscheinlich ohnehin sich ein paar Monate ziehen werden, äh, rauskommen wird, die GZ gibt's nicht mehr. Das wird, die wird bestehen bleiben. Nicht unter diesem Namen, aber. Den Rundfunkbeitrag gibt es nicht mehr. Der wird bestehen bleiben. Es geht gerade mehr darum, ähm, rauszubekommen, ist der in seiner jetzigen Form pro Haushalt, ist der gerecht, funktioniert das so, müssen wir den anders machen? Also ist der konform mit dem, mit dem, äh, mit der Verfassung? Ähm, Beispiel, ähm, aktuell nach Haushalt ist es halt so, eine alleinstehende Person, die aber zwei Wohnungen zum Beispiel hat, muss doppelt zahlen, während eine 5er WG ein Fünftel nur jeder zahlt. Das geht natürlich so eigentlich nicht. Ähm, wie sich die Sache genau verhält, was es dann noch für Nachteile gibt, in der aktuellen Situation, lest ihr unter giga.de slash tech. Vorschlag, einfach den Zehnt vom Gehalt einbehalten. Ja, das wäre eine Steuer. Den Rundfunkzehnt. Das wäre ja eine Steuer dann. Kann sein, dass das kommt. Kann sein, dass es eine Rundfunksteuer dann irgendwann geben wird. So 60 Prozent des Einkommens pauschal. Wäre es eine Steuer, wenn es nicht vom Staat eingezogen wird, sondern zum Beispiel von der, also wie bei der Kirche auch, also das ist dann halt einfach, dass man dann auch einmal im Monat zu so einer Messe gehen muss und dann das Geld auch in so einem Säckel mit dem Rundfunkbischof. Hm, ja, richtig, Frank. Wir schauen ins Apple-Restore, da gibt es die kostenlosen und reduzierten Apps zum Wochenende. Und zwar habe ich mal im Bereich iOS, macOS eine rausgesucht, weil ich das lustig finde, dass DxO, die, die den DxO-Mark auch machen, diesen Kamerabenchmark, wo sie immer Kameras bewerten, ich sage DxO-Euro. Guck mal, wer da alles lacht. Wieso switcht das jetzt hier? So, von denen gibt es beispielsweise, es gibt viele andere Apps und Software günstiger, aber es gibt DxO Optics Pro 11, das ist eine Bildbearbeitungssoftware, mit der sich zum Beispiel RAW-Bilder entwickeln und JPEGs verbessern. Das kostet eigentlich 129 Euro für macOS, gibt es gerade umsonst. Müsst ihr so einen Lizenzcode per E-Mail anfordern, dann kriegt ihr das umsonst. Das könnt ihr in unserem Artikel zu den kostenlosen und reduzierten Apps zum Wochenende für macOS und iOS sehen. Und für Android gibt es auch verschiedene. Ich habe mal rausgesucht, um mal nicht nur immer Spiele zu nehmen, die App Everyday Wallpaper Pro. Also wer zum Beispiel sagt, jeden Tag dasselbe Wallpaper, das halte ich nicht aus, der kann sich diese App installieren. Die hat sehr coole Wallpapers sozusagen in der Datenbank und die wechselt dann einfach durch. Könnt ihr bestimmen, wie oft. Ich weiß gar nicht, ob man unbedingt jeden Tag kann, man vielleicht auch jede Stunde oder einmal die Woche. Und die kostete bislang 1,49 Euro, auch nicht so teuer, aber jetzt gibt es sie für 69 Cent. Ist nur ein Beispiel. Findet ihr alles im Artikel kostenlose und reduzierte Apps für Android. Zum Pfingstwochenende, glaube ich, heißt der. Diesmal verlinken wir aber auch. Und das waren die Tech-Themen des heutigen Tages. Ich nehme jetzt zum Wochenende nochmal hier einen Schluck von meinem Kirschwasser. So, und dann fangen wir mal mit den Zuschauerkommentaren an. Zuerst mal ein Dankeschön von Mike Maverick an Monika. Danke an Monika, die immer aufdeckt, wenn Angebote gar keine sind, sondern nur Schlingeleien, um die Leute zu täuschen. Das ist tatsächlich auch Monikas Job-Description hier bei uns. Schlingelei dahinter. Da steht Monika und dann steht Position, die, die immer aufdeckt, wenn Angebote gar keine sind, sondern nur Schlingeleien sind. Nein, danke, Mike Maverick. Ja, Applaus für Monika. Ihr zu Hause bitte auch schön mitklatschen. Danke, Mike Maverick, für den Dank. Da freuen wir uns sehr drüber und freuen uns auch, wenn die Arbeit unserer Franks-Leib-eigener Redakteure hier auch anerkannt wird von euch. So, dann haben wir noch einen Kommentar von Hottenö, der mich so ein bisschen erwischt hat. Und zwar hatte ich im letzten Tag gesagt, eigentlich mag ich Fingerabdruckscanner nur auf der Rückseite vom Telefon. Habe dann aber gleichzeitig gesagt, wäre geil, wenn endlich mal diese Unter-Display-Fingerabdruckscanner in die breite Masse kommen, wenn wir haben, es hat auch jemand gesagt, es gibt die vereinzelt schon, aber die sind ja noch nicht im Mainstream angekommen. Und Hottenö sagt, wo ist denn da der Sinn, Amir, den Fingerabdruckscanner auf der Rückseite gut und auf der Vorderseite scheiße zu finden, sich aber einen Fingerabdruckscanner unter dem Displayglas zu wünschen? Soll das Display demnächst auf die Rückseite wandern? Nein, natürlich nicht. Du hast recht. Das gibt nicht so viel Sinn. Ich mag den trotzdem auf der Rückseite und mag, vielleicht könnte man auf der Front einen unter das Display machen. Das stört er nämlich nicht. Genau. Nehmt keinen Platz weg. Und trotzdem zusätzlich noch auf der Rückseite einen. Zusätzlich? Ja, weil dann kann ich nämlich, wenn ich es in der Hand halte, kann ich einfach mit dem Finger und wenn es liegt auf dem Tisch, kann ich einfach mit dem Finger auf der Front. Das ist ja dann auch unangenehm. Man muss ja so machen. Wieso, ich kann doch meinen Zeigefinger auch scannen. Stimmt. So. Soll ich da mein Bier auch nochmal? Ja, unbedingt. Also ich mag das jetzt auch nicht unbedingt hier bei dem neuen Huawei, dass du da eigentlich ganz viel Display an der Front hast und dann aber trotzdem noch den Fingerabdrucksensor. Was ist denn das neue Huawei, bitte? Wie heißt das nochmal? Dieses neue, bei dem neuen Huawei. Ja, okay. Und ich mag aber auch an der Rückseite, weil ich da so dann nach hinten so wischen kann und dann die Benachrichtigung auf die Weise runterziehen kann. Ja. Aber hat Stefan da ein Westworld-Auto auf seinem Bildschirm gerade? Ah ja, das ist ja das selbe Logo wie Westworld. Aber Westworld ist ja eine Marke von Delos. So, hätten wir das auch geklärt, heute noch vielen Dank. So und der letzte Kommentar und damit geht es dann auch gleich ins Wochenende ist auch nochmal zum Thema Fingerabdruckscanner. Da sagt Rucksack eigentlich was ziemlich Gutes, das hat sich nur leider nicht durchgesetzt, außer bei Sony. Die beste Position für den Fingerabdruckscanner ist an der Seite, wie beim Sony Z5 oder XZ1. Richtig, also bei den Sony-Geräten, das ist eigentlich eine coole Idee, die haben den Fingerabdruckscanner direkt auf den Power-Button gelegt. Das ist ja auch ein anderes Gerät, das das hat. Ja, welches denn? Sag doch mal. Dass es nicht von Sony ist. Mal überlegen. Teststunde oder was? Ich verrate es mal nicht, vielleicht kommt ja einer unserer Zuschauer auf. Also für Frankfurt von Folge zu Folge unmöglicher. Gut, also... Nee, soll ich sagen? Ja, ja. Razerphone. Ah ja, natürlich, das wäre mir auch eingefallen in drei Monaten irgendwann. Also hast du recht, ein Fingerabdruckscanner auf den Power-Button ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss, weil da muss man da eh hindrücken und dann... Dann können nur die Geräte halt nicht so flach sein, aber... Ja. Also hat alles seine Für- und Nachteile. Allerdings sagt RucksackSAP auch, und das machen wir, bitte eine Abstimmung dafür. Mich interessiert, wie die Community das sieht. Wir machen hier eine Abstimmung, was ist die beste Position für den Fingerabdruckscanner. Das war der Tag täglich vom 18.05. Ich wünsche euch ein ganz tolles, verlängertes Wochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Freue ich mich drauf. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.